Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Fordstor Rahnbrock, Eburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Ich habe Osnabrück verfolgt und habe gesehen, wie sie in der Tabelle standen und auch die Ziele mitbekommen und deshalb habe ich mich auch für Osnabrück entschieden. Der Abschied von Frankfurt für mich war nicht einfach, dennoch freue ich mich jetzt hier zu sein, weil das für mich eine neue Herausforderung ist. Als allererstes freue ich mich natürlich mal auf meine neuen Mannschaftskollegen, die werde ich noch kennenlernen und dann freue ich mich auf die Fans hier. Ich habe schon mitbekommen, dass jede Menge Fans im Stadion sind und ich freue mich einfach nur auf die Spiele. Ein Innenverteidiger sollte natürlich die Defensivarbeit gut machen, aber auch beim Spielaufbau aktiv sein, über sich behalten und das Spiel von hinten aufbauen. Für mich ist alles neu, bin auf Wohnungssuche, bin die ersten Tage im Hotel und ich schaue mal, wie es für mich aufläuft. Bin aufgeregt. 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 Bin aufgeregt.